So, nächste Runde ist... Holzräumer. Ähm... Boah, ich kann schießen. Cool. Aber sonst kann ich nix... Äh? Achso, ich muss mit dem Pfeil tasten. Ja, wer... Wer lesen kann, ne? Okay, ist relativ direkt, die Steuerung. Oh, man kann nicht immer schießen, anscheinend. Ja, Hölle! Dauerfeuer ist nicht angesagt. Ach doch. Oh, ich müsste dauernd drücken. Hahaha. Hahaha. Klassischer Fall von Überforderung. So, wo muss ich denn lang? Ich will ja eigentlich nur... Ist ja doof, dass es kein Dauerfeuer gibt. Und es ist ganz schön holprig. Von der Steuerung her. So, da oben ist einer. Den verpasse ich dann gerade. Okay. Also... Oh. Jetzt ist das Ziel durchkommen. Okay, so viel wie möglich, aber eigentlich nur... ...durchkommen. Wie, ich sinke. Was? Ich sinke doch nicht. Ich sinke doch nirgendwo. Ich hab doch hier auch nicht gesunken. Wieso bin ich denn da jetzt gerade reingezogen worden? Verstehe ich nicht. Alter. Was ist denn das? Checkpoint erreicht. Ach, die grünen und alten auch noch. Ach ja, gestern. Oh, je, 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 je. Okay, ein bisschen koordiniert mir schon ganz schön. Also, sieht so aus, als würden die grünen Minen auch noch Steinchen enthalten. Mann, oh Mann. Huh. Hä? Ja, sicher. Was soll denn das sein? Hm. Ja, ja. Alles ist gut. Wow. Wie soll ich denn da bitte durchkommen? Ja. 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 Kann ich die Dinger erschießen, die, die Granaten. Wer feuert denn da auf mich? Kann ich den kaputt machen? Mann. Ich müsste diese Kanone kaputt machen können, glaube ich, oder? Kann ich aber nicht. Okay. Ja, schwierig. Ach Mann. Ich muss aber jetzt auch nicht bei jedem mal kaputt gehen, oder? Ja. 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 Ich äh... Oh. Total, man. Wo muss ich eigentlich lang? Also, das scheint keine schlechte Taktik zu sein. Die Sägen erstmal weglassen. Alter, schrückt mich denn was zur Hölle. Hm. Knapp. Die hatte ich übersehen. Okay, ich muss mehr schießen. Also, dass es kein Dauerfeuer gibt, ist total einweilig. Okay, ich muss mehr schießen. Sägen und Geschosse nicht reichen, dann nehmen wir halt noch ein bisschen Dampf. Also, ich bin heilfroh, falls ich hier irgendwann mal irgendwie durchkomme. Immer in den ersten Dampfstrahl, immer in den ersten Dampfstrahl. Mann! Ich komme da nicht vorbei. Mann! 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 So, das klappt nicht, weil dann hier zu... Hmm... Ne, das geht auch nicht. 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 Das heißt, wenn ich hier rumkomme... Nein, knapp. Okay. Okay, so kann es aber gehen. Ne, das geht auch nicht. Die kann ich hier holen, die alle auf mich ziehen, zurück. Wo kam da noch einer her? So, hier hoch. So, hier hoch. So, jetzt geht kaputt. Knapp, 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 knapp. Ah, hey. So, jetzt geht's... So, jetzt geht's... Unglaublich. 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 Okay. Okay. So, jetzt geht's. Ich kann's nicht fassen. Okay, wo will ich lang, wo will ich sterben. Wo will ich sterben? Wo will ich sterben? Sterbe ich lieber hier unten. Und... Wieso? 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 Ja, sicher. Ihr hättet auch... ...noch ein größeres Rad nehmen können. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. 21 von 35. Manometer, ey.